Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, auf Instagram habe ich es schon bekannt gegeben, sehr viele Kommentare immer wieder. Schneid dir deine Haare wieder, schneid dir deine Haare, das sieht übel wack aus, du siehst aus wie eine Hexe. Sehr viele diverse Kommentare habe ich hier bekommen und meine Antwort dazu, nein. Ich werde mir meine Haare nicht schneiden, liebe Freunde, auch wenn ihr der Meinung seid, oder manche von euch der Meinung sind, dass die nicht so fresh sind, wie ich mir das einbilde. Mir gefallen sie sehr, sehr gut und dementsprechend genießt meine Haarpracht oder schaut euch Leute mit sehr kurz rasierten Haaren an. Gibt es ja auch Fashion-YouTube beim Deutschsprachenglauben. Freunde, wir wollen gar nicht mehr länger quatschen, ich habe heute eine sehr, sehr verrückte Idee. Also ich habe vor ewigen Zeiten schon ein Video auf Instagram gesehen, da war ein Typ im Snipes Footlocker oder keine Ahnung wo, hat sich Schuhe angezogen und ist einfach vollgas aus dem Shop gesprintet und der Schuhverkäufer glaubt, er will irgendwie Schuhe klauen und dann ist er wieder zurückgesprintet und hat so getan, als hätte er die Schuhe nur getestet. Das fand ich mega witzig, wollte ich lange schon nachmachen und today is the day. Also ich werde genau das gleiche nachmachen, bin schon sehr gespannt. Es gibt mehrere Optionen, wie das Ganze ausgehen könnte. Punkt Nummer 1, ich kriege voll eins auf die Fresse. Punkt Nummer 2, er läuft mir nach und ich kriege voll eins auf die Fresse. Punkt Nummer 3, mich fängt ein Security draußen auf und ich kriege voll eins auf die Fresse. Und Punkt Nummer 5, es interessiert einfach keinen Schwanz. Das sind die Optionen, ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wir werden natürlich mit versteckter Kamera drehen, ich sage nicht, wo wir das Ganze probieren. Aber es wird sehr, sehr witzig. Ich werde euch einfach mitnehmen und hoffen wir, dass das Ganze halbwegs amüsant wird, aber ich glaube schon. Allein für die Idee lasst auf jeden Fall jetzt schon ein Like da. Natürlich muss ich den Eindruck erwecken, als könnte ich mir die Schuhe nicht leisten, warum sollte ich die denn sonst stehlen? Deswegen ist natürlich der falsche Weg hier irgendwie mit Off-White und der Rollie am Arm reinzukommen. Das war jetzt die schwierigste Challenge, also wirklich ein Outfit zu finden, das nicht besonders teuer aussieht. Also ich habe jetzt da hier meine alten Parkour-Free-Running-Schuhe, die schon relativ abgefuckt aussehen. Ich hoffe, dass es nicht auffällt, dass ich eine Yeezy Calabestas-Hose trage. Und als Oberbekleidung habe ich irgendeinen alten Hoodie gewählt, der natürlich auch No-Name ist. Das Praktische ist, meine Haare kommen mir jetzt wieder zugute. Also es sieht so aus, als hätte ich kein Geld für den Friseur. Ich glaube, das Outfit passt. Gut. Dann haben wir uns auf dem Weg. Los geht's! Der Ankunft im Einkaufszentrum und ich muss ehrlich sagen, ich bin schon leicht nervös, weil ich keine Ahnung habe, wie das Ganze ausgeht. Also ich werde jetzt nochmal an dem Sneaker-Store vorbeigehen und so einen kleinen Blick hineinwerfen, wo ich vielleicht schon auf den ersten Blick erkennen kann, dass da irgendein MMA-Fighter oder Bodybuilder drinsteht, der mich nachher so richtig fertig macht. Vorab jetzt mal auskundschaften, erspähen. Und dann geht's los. Leute, da hinter mir befindet sich der Sneaker-Store. Ich habe schon mal reingesehen und ja, also so einen richtigen Bodybuilder habe ich nicht vernehmen können, aber man weiß halt nie. Ich bin schon wirklich sehr aufgeregt, muss ich sagen. Also lasst auf alle Fälle ein Like da. 10.000 Likes gehen sich aus für diese Balls, die ich da beweise. Schauen wir mal, was rauskommt. Okay. Gar nicht mehr länger quatschen. Los geht's! Los geht's! Okay Leute, das Ding ist, sie ist zwar nicht nachgelaufen, aber das Problem ist, Entschuldigung, sie hat die Kamera gesehen. Sie hat die Kamera entdeckt, sie hat gesehen, dass wir filmen und sie haben jetzt den Kaufhausdetektiv geholt, der die Polizei angerufen hat. Das heißt, dementsprechend heißt es jetzt, von hier zu flüchten. Das ist auch nicht so gut. Masenkampf, Masenkampf. Back im Headquarter, was ist jetzt noch alles passiert? Also sie hat die Kamera entdeckt, hat dann relativ schnell gecheckt, was hier abgeht. Als ich dann wieder zurückgelaufen bin, haben sie mich dann gleich bei der Hand gepackt und gesagt, ja, diese Daten werden gelöscht und so weiter. Und sie rufen die Polizei sowie den Kaufhausdetektiv. Dann haben wir uns entschieden, sofort zu flüchten. Also sie haben uns gleich gesagt, das war eine Straftat, die ich da begangen habe, anscheinend verlassen habe, ohne zu bezahlen. Auch wenn ich wieder zurückgekommen bin, war das anscheinend schon eine Straftat. Sie hat auch gesagt, wenn sie die Daten irgendwo im Internet sieht, dann gibt es Probleme. Also falls du das hier sehen solltest, ich möchte mich herzlich bei dir entschuldigen, wenn ich deinen Arbeitstag irgendwie nerviger gestaltet habe. Tut mir sehr, sehr leid. Es ist vielleicht nicht ganz so aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ich habe keine auf die Fresse bekommen. Punkt Nummer 5 ist eingetreten. Es war einfach scheißegal. Also ich habe da 190 Euro Schuhe gestohlen und das hat sie nicht wirklich interessiert. Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf alle Fälle ein Like. Da schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr am witzigsten gefunden habt. Und ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf Instagram vorbei, MaxObimi. Der ist jetzt in letzter Zeit relativ los, storytechnisch. Also auf jeden Fall abonniere und drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war es von mir, euer Maximilian.